Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und ich bin fucking sprachlos. Das ist, boah, wobei so richtig sprachlos passt nicht, weil sonst würde ich das Video jetzt hier nicht machen. Aber Leute, wir haben eine Situation, we have a situation here, das ist, boah, was gerade abgeht, das ist heftig. Es kann sein, und das ist kein Clickbait, echt nicht, es kann sein, dass das Marvel-Universum und das DC-Universum eins werden. Ein und dasselbe. I shit you not. Gerade gehen richtig krasse Verschwörungs-Comic-Buch-Theorien durchs Internet. Und ich hab mir gedacht, ich mach einfach kurz dieses Status-Update für euch, damit ihr es von mir als erstes hört, was gerade Phase ist. Ich muss ein bisschen ausholen. Vor einigen Monaten startete eine Comic-Buch-Reihe bei DC, also ein Event, das hieß Doomsday Clock. Da ist es. Doomsday Clock, Achtung, Spoiler, es folgen jetzt Spoiler für Doomsday Clock. Doomsday Clock sagt im Prinzip aus, dass das DC-Universum mal wieder kurz vorm Ende steht, alles explodiert, alles geht den Bach runter. Und die Ursache dafür ist tatsächlich, und Achtung, wie gesagt, Spoiler, Dr. Manhattan. Dr. Manhattan ist der blaue Typ aus Watchmen. Das Besondere schon bei Doomsday Clock war, dass normalerweise das DC-Universum nicht in derselben Kontinuität besteht wie das Watchmen-Universum. Das heißt, die Bücher wurden zwar oder werden zwar von DC-Comics gepublished, die haben aber streng genommen nichts miteinander zu tun. Also es war vorher immer so, dass nicht Batman auf einmal hingehen konnte und sagen konnte, hi Rorschach, wie geht's? Das gab es vorher nicht. Mit diesem Event haben sie das geändert. Also es war so, dass Dr. Manhattan halt gesagt hat, ja, ich finde die Welt ist so, wie sie ist, scheiße. Ich ändere das alles mal und Armageddon-Szenario. So, da haben die sich da auf die Fresse gehauen. Und im Kampf mit Superman hat Dr. Manhattan so erkannt, ey, das Leben ist doch voll was wert. Ich finde das doch gut. Ich lasse das Universum jetzt neu entstehen. Der kann das mit seinen Kräften und er macht alles wieder schön neu und supi. So, während er dabei war, hat er dann so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Denn Dr. Manhattan kann ja die Zeit gleichzeitig wahrnehmen. Also er sieht sowohl Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles gleichzeitig. Und er hat dann hier so ein paar, ja, so ein paar Aussagen getroffen, was denn so in der Zukunft sein kann. Ja? Er sagt hier zum Beispiel, Earth 52 is out there. I look beyond now, after the flashpoint and this rebirth. More, so bla 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 bla, ne? Er macht halt hier so ein bisschen so, legt die Garten. Und was interessant ist, ist halt nach dem Endscreen quasi, wenn du denkst, alles ist wieder gut, Butter bei der Füche, Tag ist gerettet, alles ist wunderbar, sagt er hier. Und das ist das Ding. Also das ist, ich lese es euch jetzt mal vor. Also da wird gesagt, Superman kämpft gegen Thor höchstpersönlich und Thor ist halt Thor. Und dann wird von einem grünen Behemoth gesprochen, also eine große grüne Kreatur, die stärker ist sogar noch als Doomsday selbst. Damit könnte man sagen, okay, meint der vielleicht den unglaublichen Hulk. Das ist jetzt an sich noch gar nichts weltbewegendes. Denn in den Comics ist es öfters mal so, dass DC mal kleine Anspielungen halt auf Marvel macht und Marvel kleine Anspielungen auf DC. So Deadpool ist zum Beispiel ein Marvel-Charakter, der immer Batman-Comics liest. Also im Marvel-Universum gibt es DC-Comics. Das lesen die Leute da als Comics und umgekehrt. Deswegen ist das noch nicht so, jetzt okay, dann haben sie sich vielleicht einfach mal ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir treiben das jetzt mit der Anspielung mal ein bisschen weiter mit dem Augenzwinkern. Kann man ja mal machen. Aber ja, dann kam jetzt die neue Ausgabe von Thor raus, geschrieben von Donny Cates. Übrigens richtig geil, wenn ihr das irgendwann mal Bock habt, das zu lesen, macht das unbedingt. Ist ein richtig geiler Run bisher. Und man macht so das Thor-Buch auf und man sieht hier schon direkt irgendwie wieder ein Szenario, eine Welt geht unter. Thor muss sich hier halt diesem schwarzen Untergang stellen und du denkst halt, okay, ist das jetzt die Erde? Leute sterben irgendwie in so einer Art Superpest und dann merkst du so, they all do and just like the denizens of this particular universe. Also er spricht nicht von dem normalen Marvel-Universum, er spricht von einem anderen, bestimmten Universum. Und wenn wir die nächste Seite aufschlagen, da geht es richtig ab. Right in your fucking face, your gods will arrive. Man sieht hier einfach in einem Marvel-Thor-Comic das Gebäude von Metropolis, wo Superman arbeitet. Und hier eine Gestalt, die mit Rot und Blau, mit Arm nach vorne halt, durch die Gegend fliegt. Das sieht aus wie fucking Superman. Als wäre das noch nicht genug. Wird hier gesagt, a Sun-God, ein Sonnengott. A God of Emerald Light. Ein Gott vom grünen Licht. A God of Dark, perhaps. Vielleicht ein Gott der Dunkelheit. A God of the Ocean, ein Gott des Ozeans. Ein Gott of Speed, ein Gott der Geschwindigkeit. Gott of Strength, Gott der Stärke. This universe, like so many before it, is protected by Leagues of Gods. Des Pendant zu den Avengers in Marvel ist die Justice League bei DC. Und diese Sachen, wenn man sich das hier anguckt, das sieht aus wie der Streifen den Superman, der sich herzieht. Das hier sieht aus wie der Blitz von dem Flash, die Farben. Das hier sieht aus wie der Blitz, den, wenn Green Lantern durch die Gegend fliegt, den er erzeugt. Und das hier, könnte jetzt irgendwie so Dreck auf der Linse sein, könnte aber auch Batman sein, der sich hier quasi mit einem Seil und seinem langen Umhang entlang schwingt. Leute, das ist fucking insane. Das ist fucking insane. Dass gleichzeitig, ja, bei DC und Marvel jetzt quasi zur selben Zeit, weil diese Ausgaben, die sind jetzt gerade erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Dass quasi gleichzeitig eine Referenz gemacht wird im DC-Universum auf das Marvel-Universum und im Marvel-Universum auf das DC-Universum. Wow, das ist krass. Und das Ding ist, es gab ja schon mal in den 90ern einen Crossover. Das war so Avengers gegen, das war nicht Avengers, das war DC gegen Marvel. Da gab es dann solche Sachen wie, der Hulk hat gegen Superman gekämpft und Batman gegen Captain America und so weiter und so fort. War einfach mal so, just for fun haben die das gemacht. Das haben die gemacht, weil die fast pleite waren in den 90ern. Und das Resultat daraus war auch, dass die dann ihre Filmrechte verkauft haben. DC halt an Warner Brothers und Marvel halt an Sony und dann Fox und so weiter. Deswegen haben wir ja diesen rechten Clinch jetzt gerade überhaupt noch, der sich jetzt durch die ganzen Jahre immer noch durchzieht. Der Punkt ist, dass tatsächlich DC auf den richtig verkackten, absteigenden Ast ist. Nicht nur die Filme sind es, die halt gar nicht so den Erfolg bringen, wie DC sich das gerade gerne vorstellt oder Warner Brothers sich das vorstellt. Dazu kommt noch, dass die Comicbuchverkäufe tatsächlich immer weiter zurückgehen. Und es gibt jetzt schon halt angeteasert eine Änderung von der fünften Generation oder die fünfte Dimension. Irgendwie sowas, dass das DC-Universum jetzt nochmal einen neuen Reboot bekommen soll und alles soll nochmal komplett auf den Kopf gestellt werden. Und es gibt tatsächlich Insider-Gerüchte, die besagen, es könnte sein, dass wenn das nicht zündet, dass DC dann aufhört, mehr oder weniger Comics zu publishen oder Comics rauszubringen. Das heißt, es würde bedeuten, dass Batman und Superman und so weiter, dass die keine anderen Comics mehr kriegen. Was? Ah! Das ist schon ein nerdkalyptisches Event an sich. Dann kommt aber dazu jetzt hier, dass das Marvel ja von Disney gehört, dass das Marvel ja Disney gehört und dass Disney ja mega gierig ist und versucht, sich alles unter den Nagel zu reißen. Das Ding ist jetzt gerade, ach Gott, ich höre mich so weird an, glaube ich, und rede hier wirr, aber ich bin gerade auch echt aufgeregt. Das Ding ist, es könnte sein, dass Disney tatsächlich versucht, sich die Rechte an den DC-Comics zu sichern. So, das ist eigentlich auch nichts Neues. So zum Beispiel Shazam, beziehungsweise Captain Marvel im DC-Universum, der war früher ein ganz eigenständiges Ding, bis irgendwann DC die Rechte an ihm aufgekauft hat und den mit ins DC-Universum integriert hat. Der war nicht immer Teil davon. So, und was uns jetzt bevorsteht mit dem Fakt, dass DC verkackt, dass die Marvel-Comics unter dem Druck stehen, so erfolgreich sein zu müssen, wie die Marvel-Filme gerade in dem Marvel-Konzern, es könnte tatsächlich sein, dass die hinter den Kulissen was ganz Großes planen und im besten Fall ist es einfach so, dass wir in den kommenden Jahren in den Comics ein Crossover wiederbekommen von Marvel und DC und man einfach sieht, wie Superman und Hulk sich nochmal auf die Fresse hauen, was cool wäre. Im Worst-Case-Szenario hört DC auf, Comics zu machen und die Rechte an den DC-Helden gehen an Marvel und Disney. Was im ersten Moment ganz cool ist, weil du könntest rein theoretisch so eine Post-Credit-Szene haben, wie Nick Fury sagt, okay, wir brauchen noch jemanden für die Avengers. Und dann steht da fucking Batman. So, das könntest du rein theoretisch dann machen, was... Mind-Exploding für jeden Nerd. Mind-Blowing, aber auf lange Sicht gesehen wäre das schlimm. Wäre das richtig, richtig, richtig schlimm. Weil dann hätte Disney nicht nur das Filmmonopol sich aufgebaut, sondern dann hatte Disney sich auch das Comic-Monopol aufgebaut. Und das ist nicht gut. Und ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühlen soll. Und ich bin aufgeregt und wow, krass. Ich wollte das einfach nur schnell in die Welt hinaus schreien und es euch sagen, damit ihr es hier als erstes gehört habt. Ich halte euch auf den Laufenden, wie sich das entwickelt. Ich brauche einen Schnaps, glaube ich. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott. Oder ein Tee? Tee ist auch gut. Ja, Beruhigungstee. Vielleicht beides. Tee mit Schnaps. Schön mit Ö, Hansa Bonsa. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.